Das Smartboard ist der optimale Begleiter für die Meetings in Ihrem Unternehmen. Am besten statten Sie Ihr Smartboard mit einem integrierten Mini-PC aus, um auf einer vollwertigen Windows-Oberfläche arbeiten zu können. Alternativ verbinden Sie Ihre Geräte drahtlos oder per Kabel. Speichern Sie Ihre Dokumente direkt auf dem passenden Laufwerk ab. Das Einzeichnen in verschiedene Dateien ist ohne weiteres möglich. Um die besten Bedingungen für Meetings zu schaffen, statten Sie Ihr Smartboard mit einer Konferenzkamera aus. Online-Konferenzen können mühelos mit dem Smartboard durchgeführt werden. Fügen Sie ganz einfach Notizen in die geteilten Bildschirme aller TeilnehmerInnen ein. Ein weiteres Feature ist die automatische Texterkennung. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017